Lass sie uns fertig machen! Lass sie uns fertig machen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf diese Stelle konzentrieren. Wir haben die Grenzer umdurchschlagen. Wir haben einen unserer Panzer verloren. Und tschüss! Der ist sauber durchgegangen. Kein Durchschlagstreffer. Die haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Panzerung. Unsere Kette ist kaputt. Wir können uns nicht bewegen. 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 Das war's für heute.